hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von borderlands 1 heute leider nur mit michael lasse hat leider bisher internetprobleme mal wieder mal wieder aber komm bist du bist noch ähnlich hierhin ist egal ich will den trotzdem platt machen wir müssen kann man gehen auf auf raus ja du baller schon bist du rum gell extrem muss sein so wo müssen wir überhaupt hin karte 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 wir müssen wir die missionen das saboteur das müssen wir machen und gucke was man noch an alte missionen an die können wir abgeben wir können viele abgeben wir können eigentlich alle geben ja bis so fall die ohne rust commons west und tetanus waren wir geben die jetzt erstmal ab ja ich mache jetzt erstmal hier die ganzen ruhen wieder auf da ist geld drin ja geld wichtig ne willst du doch auch gescheite waffe kaufen können alles hast du dir jetzt auto gekrallt und bist weggefahren ja ja statt auf mich zu warte mich mitzunehmen okay klar rein teleportieren ich weiß ja nicht was du für ein problem hast weil du nie auf die leute watsch ist gelogen watsch nie auf die leute ist gelogen du willst doch hier die truhen öffnen ja weil ich die kohle hole will ich brauch keine kohle also wo fährst du jetzt hin ach so und fahrst du so rum okay will denn sonst zum beispiel ich bin doch relativ irgendwie habe ich so das gefühl ich springe heute kilometer weit juhu xp ich sollte vielleicht mal die granaten packs ändern hast du andere granaten bekommen ja ich habe ich lauf die ganze zeit mit diesen heilen granaten rum und hier aber nicht wirklich viel bringen oder was ich kann nicht mehr verkaufen machen kommen damit mehr schon ein bisschen alt äh so das ist ausgerüstet jetzt müsste ich eigentlich flanchen alkohol wo sieht man das noch einmal rechts unten rechts unten rechts unten und im shop unten ah ja da sie ist ende 70.000 damit kann man ja was anfangen was gibt es denn an waffen scharfschütze gewehr das ist klaster schlag munition hatte hat hatte doch noch irgendwas neues weißt du das hast du schon geguckt ähm nein stimmt aber ich glaube ich glaube ich habe irgendwas erwähnt ich habe zwar keinen abschluss in medizin hat nur blödsinn ja der doc ist gar nicht da stimmt äh ja der muss ja wohl jetzt irgendwo in einer anderen stadt sein ich glaube der ist in new haven glaube ich drin genau genau da können wir uns doch jetzt hin teleportieren oder ja wir müssen new haven und bald headlet äh dann gehen wir mal in new haven du bist hier new haven genau ja schreit er ins ab schreit dir ins ab passt schon mhm wusch perfekt mhm jetzt ist die kiste hier ok post ja gut er hat rakete in the postcard es sollte ich jetzt bedenke habe so langsam nein das ist normal hallo 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 wo ist hallo jemand hat hallo gesagt oh 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 woher geht es eigentlich achso das ist nur wie ich sage okay ich glaube so äh ich wähle dann schon mal die neue mission ja wir haben doch mission abzugeben oder genau genau wir müssen noch eins zurück na egal wir können hier nicht je zwei abgeben stimmt auch wieder mhm können wir das gleich mal machen gleich mal abgeben schreiten 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 ach perfekt haben wir ein neuer charakter nein ich habe keine ahnung was willst du mit schätzen wir haben auf jeden fall wieder eins bouncing fahrzeug generieren fahrzeug generieren nimm er hat nur zwei fahrzeuge rakenwagen mg wagen rakenwagen nehmen nur zwei typen naja gut dass die zwei quests haben ja abgenommen ja genau die ist ja schon da hinten ist noch was zum abgeben und danach geht es weiter war das eine waffe eine shotgun mit säure effekt ist glaube ich besser als die wo ich habe oder ja das kann gut sein aber wir können jetzt vier waffe tragen also von dem abgesehen ist schon prickelnd warum ist der heilautomat ist kaputt kaputt dieser hier hast du wieder so aber jetzt die frage rückstoß für den magazin klöße da kommen wir hier rein also man kein ammo für mission weiter geht oder er geben groß wild jagd ab wo ist ein rust commons west russ commons west ach komm wir gehen erst mal da hat wo gehst du hin ach einfach mal die erste da west ja okay dann drückt du an nein nein falsch da hat so und dann sehen wir ja ja dann sehen wir ja wie es weitergeht so dann müssen wir weiter ins nächste gebiet da oben ist es ja auto generiere oder ja ja macht sind macht sind raketenwagen fahrzeug generieren andere sturm oder ja gerade gemerkt und schon gerade frage wo fahrst du hin groß wild jagd ist wohnung genau gerade aus eigentlich nur da ist es da oben zum abgeben müsste es denn ja aussteigen also steht er auch ich gebe es gerade ab ja gut perfekt können wir jetzt zurück in die munition ist voll bisschen pump uni aha oh was ist das neue motion oder oder was wie vor ne ne das rampe ach das sind doch nur rampen zum springen wahrscheinlich also nix wovor man sich fürchten müsste ja aber ich finde es witzig mal da drüber zu springen ja wenn es nicht so leicht ja manchmal ist es schon buggy so wo hast du dich hin für krümel da da hinten ich sehe dich grad zum richtung teleporter ja ich bin schon unterwegs bin schon fast da ach ne jetzt habe ich e gedrückt statt f die ganze zeit drücke ich f statt e und jetzt ist genau alles darum ah ja dann drück am besten richtig ja das wäre maßnahme genau ein moment ist ein lol live oh du bist du bist du hin ja ok ja teleportier dich durch das passt weil bis ich jetzt da gewesen wäre hätte schon ein bisschen gedauert grad naja ist ja gut so ok wo sind wir hier au neues gebiet ich fahr gleich mal geht der poste ich kann hey ja level ab hast du spielzeug gefunden willst du mitfahren oder kannst du auch schon richtung ging es dann gehen und erfahren und mich nicht sabotieren ich sabote die schnell du bist du mich gefahren hätte ich in dich was kann ich denn anders zu zurück fährst ja ich hatte angst um die schnitt dass dir was passiert im auto klar im auto ja im auto und warum geht das 14 kaputt hat hat wo seine gründe ne überfahre ich es einfach hat es keine gründe mehr oh oh das ist ein brennender bad ass brennende spider ant okay spider ant ja pass auf genau deswegen ja bis jetzt geht mal auto noch aber ja ich hab's gewusst ja warum alles gut war meine taktik ah das war deine taktik okay was kaputt ich werde ständig stärker weil es mein plan oh die ist noch ins artefakt 001 warte mal ich guck gleich nach was das für ein sis aber egal dann krieg ich ähm 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 für soldat ich schloss der was falle oh hinter dir mhm gleich aha gleich nächstes level 13 energie nächstes level 30 gesundheit wenn du wiederbelebt mhm säure bolz und säure ist doch eigentlich schön ok wir müssen eh hier hin müssen wir hier hoch oder jetzt hab ich hier eingepackt hier hoch ja ich hab's schon ja ich bin dicht hinter dir hast du kontrollpunkt hast du ja schon erwischt arbeiters bei der end ok kritisch ja so ja die säure bringt schon was aber es dauert halt er will nicht vergiftbare junge hat die magazine sind immer so klein naja aber besser als keine munizien zu haben war es kann man so außer man könnte meinen man könnte hier irgendwann durch hier vielleicht ich denke er weniger es ist ja eigentlich auf der karte oh ja ich hink hier na klasse und ich trügel mich grad die kaputt geht doch kommst du wieder raus nein sonst ja komm wir kämpfe gegen mich wieso ich das mache mich messern achso ah du du hast das ausgestellt mhm oder warte mal aber wir können doch du könntest doch theoretisch hingehen wenn ich teleportiere warte mal wir haben doch hier jetzt 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 aber ist es wieder rausgekommen gut das ist doch ein bisschen buggy das spiel als also finde nicht nur als es ist ja ich wollte es jetzt nicht so böse will ich sagen doch einfach böse ich sage guck mal da sind freaks guter morgen rex ja du zählst du hund hat ja 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 warum kaputt willkommen in meinem camp oder was davon übrig ist genau klappt mani 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 wo hast du die club top gefunden da hast du immer ein paar waffen gefunden oder hin ist jetzt noch eine kiste oben drauf ja ja sagst du jetzt nur dass du selbst die kiste holen kannst klasse sirene nur für die andere wäre oder so weise er war gut der schuss und noch eine klappt ist eigentlich die richtung ganz nur hin müssen wir gucken also die tue sie will habe dass man mit ihr spricht aber warum sagt er dass wir hierhin sollen da habe ich hier nicht runterscrollen jetzt du findest du sprich unterwegs mit er wird das tor für die er wird das tor für dich öffnen müssen irgendwo im motor ein bisschen raus zu mir dass du die ganze karte sehe ist hier hinten dran noch was der wird wahrscheinlich hier irgendwo irgendwo rumgammeln warst du schon auf dem dach nee der ist irgendwo ich meine jetzt auf dem dach war ich ob da irgendwas ist hätte ja sein können dass da oben was ist so aber in diesem sinne bedanke ich mich bei allen beteiligten checkt bitte die links aus haut rein genießt den tag und tschuss 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 Untertitelung des ZDF, 2020